Pfeifen und Lunden aus Allemann-Manöver SeaWork ist ein Arbeits- und Rettungsanzug, der in enger Zusammenarbeit mit anspruchsvollen Nutzergruppen im maritimen Umfeld entwickelt wurde. Der Anzug ist für den täglichen Einsatz von Arbeitern in exponierten Situationen in der Fischerei, Schifffahrt und Offshore gedacht. Die ergonomische Konstruktion und das herausnehmbare Thermofutter bieten ein hohes Maß an Flexibilität. Hauptreißverschluss aus weichem PU, der sich zu einer integrierten Kapuze und einem Halszwickel öffnet, um das An- und Ausziehen zu erleichtern. Integrierte Verstärkungen an exponierten Stellen, leichter Zugang zu den Stautaschen, speziell entwickelte Neoprenbündchen, Hebegurt, Stahlkappenstiefel zum Schutz der Zehen und integrierte Kapuze für erhöhten Komfort.